Im Gegensatz zu anderen Fußballkanälen gibt es bei mir das Heimtrikot-Ranking der Bundesliga-Saison 23-24. Erst nach dem Release aller Trikots aller Bundesligisten und das ist jetzt eben erst der Fall. Aber Spaß beiseite, es soll jetzt natürlich kein Front an die Jungs von Kalschö Berlin sein. Liebe geht raus an die Jungs, ich liebe deren Content. Ich wollte hier einfach eine Einleitung. Und da Union jetzt ihr Trikot auch noch released hat, gibt es jetzt eben das Ranking meinerseits, was mir eben am besten oder am schlechtesten gefällt. Wir starten von hinten nach vorne, aber vorne weg natürlich. Das Ganze ist nur mein Geschmack. Jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack und dementsprechend hört auf mich zu kritisieren. Ihr könnt gerne eure eigene Meinung äußern, aber nicht irgendwie den Geschmack anderer in Frage stellen bzw. unnötig fronten. Aber natürlich mit Humor geht da alles. Ich würde jetzt sagen, wir starten rein. Und auf Platz 18 habe ich wie letztes Jahr RB Leipzig. Natürlich geht das Ganze auch so ein bisschen mit einer gewissen Antisympathie einher. Aber ich finde das Trikot halt auch echt nicht schön. Beispielsweise vor zwei Saisons oder drei Saisons, weiß ich mehr ganz genau, hatte ich Leipzig auch auf der 1. Also das beeinflusst das Ganze nicht wirklich. Ich finde es halt in dem Fall erneut nicht schön. Ich finde das Muster da obenrum komplett irritierend. Ich weiß nicht, gefällt mir einfach überhaupt nicht und für mich deshalb auf dem letzten Platz. Auf Platz 17 ist für mich dann Aussteiger Darmstadt, deren Trikot mir einfach echt nicht zusagt. Schon letzte Saison fand ich deren Heimtrikot nicht wirklich schön. Ich finde hier das Weiße hier an den Ärmeln, ich weiß nicht was das soll. Soll das einen Rucksack symbolisieren? Keine Ahnung. Auch der Sponsor kommt nicht ganz so schön rüber darauf. Ich hasse generell V-Ausschnitte und das ist hier halt der Fall. Und das einzig Positive wäre in dem Fall das Wappen, wo ich schön finde, dass man hier einfach nur die Lilie hat. Aber ansonsten mag ich das Trikot überhaupt nicht. Und auf Platz 16 habe ich dann auch schon direkt den anderen Aufsteiger mit dem FC Heidenheim und ja deren Trikot. Ich fand letzte Saison hatten sie ein echt richtig schönes Trikot. Dieses Jahr ohne Blau im Trikot, weiß ich nicht. Und das Rot und vor allem das Muster gefällt mir halt überhaupt nicht. Ja und gerade das Muster ist bei mir ausschlaggebend, dass ich es nicht wirklich schön finde und deshalb nur hier auf Platz 16. Kommen wir zu Platz 15 und da habe ich den VfB Stuttgart. Und ich glaube, dass da die Meinungen am wenigsten auseinander gehen, denn das Muster ist einfach komisch. Also was sollen die roten Striche da? Finde ich völlig unverständlich. Zudem finde ich die Chaco-Punkte oben an der Schulter grundsätzlich hässlich. Kann man natürlich nichts gegen machen. Der einzige Grund, warum ich es nicht hinter Darmstadt und Heidenheim habe, ist der Brustring, der halt grundsätzlich einfach schön ist und auch hier schön eingearbeitet ist. Genauso wie das Logo zentral mittig auf dem Trikot finde ich echt schön. Aber ansonsten halt wirklich kein gutes Trikot. Und die vier waren jetzt wirklich Trikots, die ich richtig schlecht finde. Jetzt kommen vier Trikots, wo ich sagen muss, ja, nicht ganz schlecht, aber die sind halt auch nicht gut. Und da fangen wir an mit dem VfL Bochum, wo ich sagen muss, zunächst mal dachte ich, die haben das gleiche Trikot wie letztes Jahr. Aber wenn man genau schaut, ist es natürlich ein anderes. Aber ich persönlich finde die Längsstreifen nicht wirklich schön. Auch dass sie so unterschiedliche Hervorhebungen haben, von der Farbe her, also von der Helligkeit der Weißtöne, gefällt mir nicht wirklich. Generell ist es kein Farbton, den ich mag, also das Blau hier. Und daher für mich auf Platz 14. Auf Platz 13 kommt für mich dann Kroatien, ähm, äh, sorry, Mainz natürlich. Und deren Trikot finde ich grundsätzlich gar nicht mal so schlecht. Aber wie auch bei Stuttgart sind hier halt die Chaco-Punkte. Sorry dafür, ich glaube, die wenigsten haben da so einen Komplex wie ich. Ist halt bei mir einfach so. Ich finde halt grundsätzlich, das Muster ist jetzt nicht das Beste, beziehungsweise gefällt mir nicht so. Und vor allem finde ich die Einarbeitungen in dem Rot, aber auch in den Weißen, in den Kästchen jeweils nicht wirklich schön. Der Sponsor finde ich ist ganz gut eingearbeitet. Aber auch, dass der Ausrüster nicht auf der Höhe des Wappens steht, finde ich ein bisschen fragwürdig. Und daher habe ich das auch nicht so hoch. Auf Platz 12 kommt dann ein Trikot, was viele ganz unten haben. Und zwar ist es das vom SC Freiburg. Und vorneweg muss ich sagen, ich fand es auch richtig hässlich, als ich es das erste Mal gesehen habe. Und bin da natürlich auch so ein bisschen befangen. Da ich Freiburg-Fan bin, habe ich es relativ oft gesehen. Und für mich ist es ein Trikot. Wenn man das öfter sieht, ist es gar nicht mal so schlecht. Vor allem halt in Kombination mit der Hose und dem kompletten Trikot. Und daher gefällt es mir mittlerweile eigentlich recht gut. Auch wenn ich ein bisschen fragwürdig finde, wie der Sponsor eingearbeitet ist. Ansonsten gefällt es mir zwar besser, wie beim ersten Mal, als ich es gesehen habe. Aber es ist halt dennoch kein gutes Trikot. Und jetzt auf Platz 11, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Die TSG Hoffenheim. Wo ich das Muster ganz okay finde auf dem Trikot. Aber jetzt eigentlich auch nicht so überragend. Ansonsten, ja, ist schwierig. Ich finde SAP eigentlich ganz stabil eingearbeitet. Aber mir gefällt auch die Umrandung nicht an Kragen und Ärmeln. Also ich, ja, ich weiß nicht. Ist jetzt kein besonderes Trikot. Aber auch nicht wirklich gut, wie vorhin gesagt. Und jetzt kommen die nächsten drei Trikots ab Platz 10. Wo ich sage, ja, die sind nicht schlecht, nicht gut. Die sind einfach okay, kann man so machen. Aber ist jetzt auch nichts Besonderes. Und da habe ich auf Platz 10 zunächst einmal so mit das simpelste Trikot, was es gibt in diesem Trikotjahrgang. Und es ist natürlich wieder einmal vom 1. FC Köln. Einfach ein weißes Trikot. Alles andere, was eingearbeitet wurde, ist Rot, Rewe, Köln, Hummel. Und ich finde ehrlich gesagt, mit der Hose, die dann auch noch so Rottöne hat, ist es tatsächlich noch besser. So finde ich es halt einfach recht langweilig. Aber halt auch nicht so, dass man allzu viel falsch damit machen konnte. Weshalb ich es auf Platz 10 ziemlich im Mittelfeld habe. Auf Platz 9 habe ich dann den VfL Wolfsburg. Was viele, glaube ich, eher ein bisschen schlechter haben. Aber nicht ganz unten. Für mich ist es ein solides Trikot. Kann man so machen. Ist halt nicht wirklich überragend. Ich finde den Übergang eigentlich recht ansprechend. Generell gefällt mir der Grünton. Und ich muss auch hier sagen, in Kombination mit der Hose viel besser wie nur das Trikot. Aber hier bewerte ich eigentlich nur das Trikot. Deshalb jetzt hier auf Platz 9. Und auf der 8 kommt Eintracht Frankfurt. Und die haben ein grundsolides Trikot gemacht. Aber ja, mir gefällt das Muster an sich. Aber ich weiß jetzt nicht ganz. Es überzeugt mich nicht wirklich. Kann man so machen. Aber mir fehlt halt irgendwo so ein bisschen das Besondere. Sodass man es ein bisschen höher ranken könnte. Deshalb nur auf Platz 8 für mich. Jetzt am Platz 7 bis 5 sind für mich so Trikots, wo ich sage, ja, die sind auf jeden Fall gut. Die sind stabil. Kann man durchaus so machen. Aber nicht überragend. Aber grundsätzlich echt gut. Und auf Platz 7 habe ich da den FC Bayern München. Wo ich sagen muss, echt geiles Trikot. Vor allem das Adidas Logo gefällt mir. Generell die Kombination von diesem Weiß und diesem Rotton gefällt mir sehr gut. Ich persönlich finde es halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass der FC Bayern ein Heimtrikot hat, was größtenteils weiß ist. Normalerweise ist ja der Großteil rot. Deshalb ein bisschen ungewohnt. Aber an sich echten Trikot kann man so machen. Finde ich stabil. Und der Vizemeister kommt direkt hinterher auf Platz 6 mit Borussia Dortmund. Das ist ja ein Trikot, was von Fans designt wurde und auch so abgestimmt wurde. Dennoch ist in der Allgemeinheit das Trikot gar nicht mal so beliebt. Ich persönlich muss sagen, mir gefällt es. Ich finde es nicht überragend, aber man kann es safe so machen. Ich finde es generell gut, die Umrandungen am Ärmel und am Kragen und auch das Stadion finde ich passend eingearbeitet. Mit der Hose vor allem finde ich es sehr gut. Da ist der Übergang echt stark mit dem Schwarz. So aber auf Platz 6 denke ich ein grundsolides Trikot. Finde ich stabil. Kommen wir nun also zur Top 5. Erstmal noch ein Trikot, was ich stabil finde. Und zwar das vom FC Augsburg. Also mir gefällt generell die Farbkombi mit den drei Vereinsfarben Weiß, Grün und Rot. Ich finde den Sponsor eigentlich auch ganz gut eingearbeitet. Fällt nicht allzu auf, auch wenn es ein anderer Grünton ist. Aber auch ansonsten finde ich es echt schlicht gehalten, aber dennoch irgendwie besonders. Das hat einfach einen besonderen Touch und deshalb für mich Platz 5. Kommen wir nun also in die Top 4. Und das sind ab jetzt für mich Trikots, wo ich sagen muss, die sind wirklich gelungen. Das sind allesamt wirklich sehr nice Trikots. Die gefallen mir richtig gut und wir fangen an mit Borussia Mönchengladbach. Wirklich eher so im Retro-Style mit dem Kragen auch. Generell recht schlicht gehalten. Mit den drei Vereinsfarben Weiß, Grün und Schwarz finde ich das echt passend gestaltet. Ich muss sagen, im Gegensatz zu anderen, die hier den Sponsor so ein bisschen kritisieren, weil da das Orange mit dabei ist, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich finde, das Orange passt sogar farblich recht gut rein, beziehungsweise mir gefällt es halt auf jeden Fall. Aber ansonsten schlichtes Trikot, finde ich echt gut gestaltet und deshalb für mich Platz 4. Und nun kommen wir zu dem Trikot, auf das man lange warten musste. Und zwar ist es das vom Champions League Teilnehmer Union Berlin. Und das ist einfach ein schöner Rotton für mich. Generell das Adidas-Logo finde ich echt geil mittlerweile, dass man da nicht mehr Adidas drunter schreibt, sondern nur noch die drei Streifen hat. Auch im Schulterbereich guter Kontrast zwischen dem Weiß und dem Rotton. Ich finde das Muster nicht ganz so gut vorne drauf auf dem Roten. Aber wie gesagt, harmoniert es gut mit dem Weiß. Ich finde den Sponsor echt schön. Also ja, kann man natürlich teilweise nicht wirklich was dafür, für deren Logo. Aber hier passt es gut drauf. Und ich frage mich, warum das Union-Logo so ein bisschen schräg ist, ob das Absicht ist. Aber ansonsten finde ich das echt gut. Auch der Knopf oben am Kragen, deshalb für mich Platz 3, weil das echt ein gut designtes Trikot ist. Platz 2 ist für mich Bayer Leverkusen, die ich letztes Jahr tatsächlich auf der 1 hatte, obwohl es da eigentlich niemand wirklich so schön fand wie ich deren Trikot. Aber dieses Mal erneut mit Castore. Erneut, wie ich finde, ein sehr stabiles Trikot geliefert. Recht simpel in schwarz und rot. Aber einfach das Bayerkreuz finde ich stabil. Vor allem, wie man dann halt den Sponsor Barmenia eingearbeitet hat. Gefällt mir sehr gut. Ist natürlich auch recht leicht hier. Aber es passt einfach vorne und hinten. Generell, dass man den Hersteller und das Wappen dann so in rot gestaltet. Auch die Ärmel und am Hals, die Umrandungen finde ich gut. Und deshalb für mich Platz 2. Ich habe lange überlegt, ob ich sie erneut auf Platz 1 packe. Aber habe es letztendlich nicht getan. Denn da ist bei mir Werder Bremen. Das Trikot, das glaube ich am meisten polarisiert. Aber die Mehrzahl findet es, glaube ich, gut. Und ich finde es auch sehr gut. Deshalb für mich natürlich auf der 1. Ich finde die Streifen richtig schön. Das Muster, alles passt für mich perfekt. Auch, dass man es so aufteilt mit links und rechts. Mit dem weißen und dann dem schwarzen. Und generell dem grün finde ich einfach passend. Der Sponsor ist nicht ganz perfekt eingearbeitet. War aber, glaube ich, auch schwierig bei dem Trikot. Und auch im Schulterbereich diese Zeichen von Hummel finde ich im Gegensatz zu Chaco tatsächlich schön. Warum auch immer, ich kann es euch nicht erklären. Aber für mich ein echt stabiles Trikot. Werder für mich das beste Trikot der Saison 23-24. Zumindest was die Heimtrikots angeht. Und generell muss ich sagen, ich finde es an sich einen schwachen Jahrgang. Aber die Trikots, die für mich vorne dabei sind, die sind dafür umso besser. In der Spitze einfach ein guter Trikotsatz, was den Jahrgang angeht. Hinten raus wird es dann wieder mal ein bisschen schwierig. Weil man sich, ja, entweder zu viel oder zu wenig traut. Aber ja, lasst mich gerne eure Meinung in den Kommentaren wissen zu meinem Ranking. Aber liebend gerne auch euer Ranking oder eure Einschätzungen zu einzelnen Trikots. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.